Hallo ihr Lieben! Sommerzeit ist Grill- und Burgerzeit und deswegen gibt es heute von mir ein gelingsicheres Rezept für die perfekten Burger Brötchen. Wir brauchen Mehl, Milch, Zucker, weiche Butter, Eier, Salz und Hefe. Für eine glänzende Glasur etwas Sahne und ein Eigelb und natürlich Sesam zum Bestreuen. In die Rührschüssel meiner Küchenmaschine gebe ich das Mehl zusammen mit dem Salz und in eine andere Schüssel fülle ich die Milch und erwärme diese. Wichtigster Tipp aller Zeiten bei Hefeteigen, die Milch darf nicht zu heiß sein und das kontrolliert ihr einfach, indem ihr euren sauberen kleinen Finger 30 Sekunden lang in die Milch haltet. Ist euch nicht zu heiß, passt die Temperatur auch für die Hefe. Zur Milch kommen jetzt Zucker und Hefe dazu. Natürlich könnt ihr auch Trockenhefe verwenden und die Mengenangaben findet ihr bei den Zutaten. Verquirlt kurz die Eier und gebt sie zur Milchmischung dazu. Die feuchten Zutaten und auch die weiche Butter gebt ihr jetzt zum Mehl dazu und verknetet entweder mit der Küchenmaschine oder auch per Hand einen relativ weichen und teilweise auch klebrigen Teig. Wenn ich klebrig sage, dann meine ich das. Seht ihr das? Der Teig ist relativ weich und genau so muss er sein, damit eure Brötchen später auch luftig und weich sind. Legt den Teig auf eine bemehlte Arbeitsfläche und knetet ihn nochmals gut durch. Achtet darauf, dass ihr nicht zu viel Mehl einarbeitet. Seht ihr das, wie weich und elastisch der Teig ist, wenn man ihn so hoch zieht? So sollte er sein. Die fertige Teigkugel legt ihr in eine befettete Schüssel, deckt diese gut ab und stellt sie an einem warmen Ort zum Gehen. Lass den Teig ungefähr 45 bis 60 Minuten gehen, bis er sein Volumen verdoppelt hat. Legt den gegangenen Teig wiederum auf eine bemehlte Arbeitsfläche und jetzt werden Stücke abgeschnitten und abgewogen. Jedes Teigstück sollte ungefähr 100 Gramm wiegen. Ein paar Gramm mehr oder weniger dürfen es natürlich sein. Danach wird jedes Teigstück rund geschliffen, ihr formt also kleine Bällchen. Das funktioniert am besten, wenn eure Arbeitsfläche nicht zu stark bemehlt ist, denn sonst schiebt ihr sie einfach hin und her und es gibt keine Spannung. Bemehlt die Bällchen ein bisschen und legt sie in ein Backblech, welches ihr mit Backpapier ausgelegt habt. Achtet darauf, zwischen den Bällchen genug Abstand zu lassen, dass sie ziemlich aufgehen werden. Jetzt folgt die zweite Gehzeit und bei mir dauert es ungefähr 35 bis 40 Minuten, bis sie sich nahezu verdoppelt hatten. Für die rustikale Variante verwende ich so eine Sprühflasche und besprühe sie einfach mit etwas Wasser und bestreue sie mit Sesam. Alternativ könnt ihr einen Pinsel verwenden und sie auf diese Weise bestreichen. Wenn ihr euch besonders glänzende Burgerbrötchen wünscht, vermischt ihr einfach ein Eigelb mit etwas Sahne und bestreicht sie damit. Jetzt wandern die Teiglinge in den Ofen bei 190 Grad Ober-Unterhitze für ungefähr 15 Minuten und danach noch weitere 5 bis 8 Minuten bei 180 Grad. So sieht die rustikale Variante mit Wasser und Sesam aus und diese hier sind jene mit Eigelb-Sahne-Mischung. Egal für welche Variante ihr euch entscheidet, beide sind richtig schön weich und luftig und schmecken richtig gut. Also sie erinnern geschmacklich an Brioche, sind allerdings nicht so süß. Das ist für mich das perfekte Burgerbrötchen. Es hat von der Unterseite eine schöne Bräunung und wenn man es zusammendrückt, dann bläst es sich wieder auf. Da seht ihr dann, dass es innen schön weich und vor allem auch durch ist. Wenn ich für uns Burger zubereite, dann bereite ich die Brötchen gerne am Abend vor. Dann habe ich am nächsten Tag weniger Arbeit und zwei Tage lang bleiben sie auf jeden Fall frisch und schön weich. Falls ihr euch jetzt denkt, 14 Stück sind mir irgendwie zu viel, kein Problem, ihr könnt die Hälfte davon einfrieren und so habt ihr immer Vorrat, wenn ihr gerade Lust auf Burger bekommt. Im nächsten Video zeige ich euch dann, wie ich Burger zubereite und wenn euch dieses gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und drückt auch gerne das Glöckchen, damit ihr Benachrichtigungen zu meinen zukünftigen Videos bekommt. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video! Bis zum nächsten Video!